und hallo da bin ich wieder die rivale am start ich wollte zu blau reingehen und gut gehe ich halt zu rot rein diesmal habe ich obs auf 60 fps gestellt 60 30 ich habe noch nicht in der aufnahme geschaut ob die legs aufgenommen wurden oder es nur mir so erschienen aber ich bin kurz davor glaube ich zu erkennen oder zu erfahren warum ich bei massenschlachten behinderlich bin mein kompanel teil mit mir nicht schutz nicht schutz sage ich okay es läuft ja geil es stand keiner hinter mir das war mein glück das training hat doch was gebracht mal fjass baby geil abgeworfen am oder ey weh nicht geil schieben 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 schiebben schiebben schieben die docke das nervt glaube ich denn die zuschauer sind die spannendsten ich flacke hier mal von hinten ich habe das makeup ich gehe doch überhaupt whaaaa nein hilfest du ich bin die nein ha nur die ruhe nur die ruhe mache einen kill dann bist du wieder gesund oder... bleib unter Anke, helft uns. Alter, komm mir nicht ins Schwert rein! Nein! Alter! Jawoll! Aha! Hilfe! Die Frame ist jetzt nicht mehr ordentlich flüssig. Ach komm! Okay. Es ist mein System leider. Gut, ich würde mal sagen, ich schlage mal vor, so in der nächsten Folge einen neuen Modus auszuprobieren. Team Deathmatch. Da gibt es ja weniger Leute. Mal gucken, ob es halt wirklich daran liegt. Weil wenn dem so ist, muss ich halt Mordhau, glaube ich, rausbringen und mich echt darum kümmern. Ähm... Äh... Au! 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 Schiffe! Au! Von hinten? Okay, habe ich nicht gesehen. Schiff! 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 der semo ist dann eine axt oder so ne? okay egal der hat probleme hey beruh dich das verständlich so soll ich das nochmal sagen beruhige dich ich hab doch geblockt beruhige dich achso warten zu wollen okay da ist der blaues pferd das muss ich nein moment das ist meine aufgabe ich habe ein schwert ach das nackst das ist ein langer schwert oder so nein nein au 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 oh ah schade deckung suchen dann regenerieren sehr gut ich sankiere mal schade da war viele Du seimus? Nein, das ist ein Achtung. Du seimus? Nein. Ah egal. Ehh! Oh. Oh, was? Wie? Wie hat er mich erwischt? Hm. Was ist denn mit mir los? Hallo? Rumpeln, ich laufe. Mein Schwert. Ah. Vum, vum, vum. Okay. Ich hab schon mal hier so ein bisschen... Was ist das? Keine Ahnung. Na gut, das macht kein... Hm. Was ist denn das? Hey! Nein, 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 nein. Aha! Ach komm! Das hab ich nicht gesehen, das war mir zu schnell. Danke, Kaffee-Karte. Keine von uns? Nein! Hilfe! 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 Was war das denn? Hilfe! Ich hab doch zuerst gestochen. Hilfe! Toll! Kann ich auf die Hose oder was? Dammit. Ich hatte schwören können, ich hab da stöhnen gehört. Ich hatte schwören können, ich hab da stöhnen gehört. Hä? Ich hab das doch geübt. Find den, Junge! Find den! Ich hab das doch geübt. Ich verlerne alles. Ich hab das! Ich hab das geübt. Fan is, ich habe mich nicht gesehen. Ich habe das geübt! Ich hab ja nicht gesehen. Ich hab das geübt. затlud in den Kopf. Ich hab das geübt! Ich hab das geübt! Entfernen! Und auch vom Pferd ist Parken verboten. Okay, okay, hey, 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 hey. Du weißt doch... Alter, wie viele hier liegen?! Ich dachte, das kommt, das ist in der Pferne vor allem, in der Ferne. Was ist das? es ist die freie mit ich komme einfach nicht hinterher was der dann macht es ist das mein gott ja da bin ich nur daher ich weiß jetzt woran das problem liegt ja 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 klar hat er ihn jetzt umgelegt ich weiß es ich hätte noch mal keine ahnung okay oh Ja, ich kann ihn nicht mehr schützen. nein ja es ist der computer ein bisschen mehr reaktionszeit gehabt hätte ich den blocken können wenn das habe ich ja keine ahnung wie lange geübt aber ansonsten ich würde sagen ich bin wirklich besser geworden und das freut mich sehr rein 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 naja ok Ich gehe mal da runter, das ist mir zu blöd zum Kämpfen. Ich gucke mal ganz kurz, was OBS bezüglich der GPS-Belastung sagt, äh, 15,3% und das nur bei 30 FPS. Ja, liegt vermutlich da, dass mein Prozessor für Windows 10 ausgelegt ist. Ah, der mit, nee, den Speller, äh, den Typen lasse ich. Äh, wow. Bist du früh geblockt? Ich glaube, das war's. Äh, ja. Ja, würde ich sagen, ach ja, äh, das System ist nicht auf meiner Seite. So. Wie lange geht das eigentlich schon? 17 Minuten? Wenn das noch weiter geht, würde ich anfangen, langsam, äh, die Aufnahmen zu pausieren. Hm. Oh. Ach, ich leben. Ich spazier mal. Ich habe doch geblockt. Deswegen habe ich doch gerade gewartet, bis ich... Sollte es nötig sein, mache ich dann hier einen Cut, äh, im Nachhinein. Ich spazier mal. Okay. Nein! Nein! Das ist... Das hätte zu lieb. Das hätte zu lieb. so gut hätte ich jetzt noch mal getroffen man ich bin durstig nach flüssigkeit nach bildschirmflüssigkeit meine junge keine ahnung was du da wieder denkst ein sieg für das team aber kein sieg für das system ja neun kills ja 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 ich glaube ich spare ich noch weiter ja fast level 20 danke fürs zuschauen 20 minuten okay ich glaube die folge lasse ich ganz ja leider ach komm rummeckern wegen dem system bringt ja nichts dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal und noch einen wunderschönen tag abend mittag keine ahnung gab euch wohl